Mein Kampf, was machen wir jetzt damit? Ich soll wie du werden, wie wird man zum Diktator. Ey, Adolfus. Reden, 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 wie ein begossener Putenfreund, ein guter Freund, man sucht, man findet. Wenn wir jetzt ein bisschen genauer wissen, wie Hitler zu seinen Werten gekommen ist, dann stellt sich doch die Frage, wie kommen wir zu unseren?